hier ein kurz guide wie ihr am besten halkionische kugeln oder im englischen halikorn orbs farmt ihr startet eine solo runde in den kodexhallen die besten chancen habt ihr auf stufe 3 es funktioniert aber auch stufe 1 und 2 so wie ihr in den kodexhallen angekommen seid drückt ihr m und macht die karte auf wenn ihr zwei portal punkte seht die dicht beisammen stehen mit einem leichten versatz wie hier auf dem bild zu sehen ist dann ist der raum mit dem event vorhanden die karte kann auch etwas komplexer aussehen wie ihr hier sehen könnt mit drei portpunkten hier ist die halle an port punkt 3 und 4 zu finden das vorhanden sein des raums ist leider keine garantie dass das event auch vorhanden ist es kann sein dass sie auf den überfluteten raum trefft oder auf den raum ohne event und hier ein schneller run auf eine halkionische kugel ja 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 Okay. 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 Nachdem ihr die Kiste gelootet habt, könnt ihr die Map einfach verlassen. Ihr behaltet sie im Inventar und könnt euch damit eine Menge Zeit sparen.